Guten Morgen, liebe Kinder, liebe Zuschauer. Ich habe ja erfahren, es schauen auch einige ältere Menschen zu. Ja, ist ja auch ein netter Zeitvertreib. Und heute habe ich eine Geschichte mitgebracht, die kennen wir, glaube ich, alle. Sie hat was mit einem Hasen und einem Igel zu tun, nämlich genau gesagt der Hase und der Igel. An einem Sonntagmorgen mitten im Herbst stand der Igel vor der Tür seines Häuschens. Er hatte die Arme übereinander geschlagen, guckte in den Morgenwind hinaus und trellerte ein Liedchen vor sich hin. Da fiel ihm ein, er könnte ja ein bisschen im Feld spazieren gehen und sehen, wie seine Steckrüben gewachsen waren. Also machte er die Tür hinter sich zu und schlug den Weg ins Feld ein. Er war noch nicht weit gekommen, als ihm der Hase begegnete. Guten Morgen, sagte der Igel freundlich. Der Hase aber war ein hochmütiger Geselle und erwiderte den Gruß nicht, sondern rümpfte die Nase und sprach, wie kommt's, dass du schon so früh im Feld herumläufst? Ich gehe spazieren, sagte der Igel. Spazieren, lachte der Hase spöttisch. Man sollte meinen, du könntest deine krummen Beine zu etwas Besserem gebrauchen. Du glaubst wohl, deine Beine wären besser als die meinen, fragte der Igel verdrossen. Ohne Zweifel, spottete der Hase. Nun, meinte der Igel, es käme auf einen Versuch an. Lass uns einen Wettlauf machen und ich verspreche dir, dass ich vor dir am Ziel ankomme. Du mit deinen schiefen Beinen, sagte der Hase. Das ist ja zum Todlachen. Wollen wir wetten, rief der Igel. Was soll die Wette gelten, fragte der Hase. Einen goldenen Taler, sprach der Igel und gab dem Hasen die Hand darauf. Angenommen, sagte der Hase, ich schlage ein. So große Eile hat es aber nicht, sagte der Igel. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Erst will ich nach Hause gehen und etwas essen. In einer halben Stunde bin ich wieder da und dann kann es losgehen. Der Hase war damit einverstanden, also ging der Igel los. Unterwegs dachte er bei sich, der Hase verlässt sich auf seine langen Beine. Aber ich will ihn schon kriegen. Er meint zwar ein Vornehmer, Herr zu sein, ist aber in Wirklichkeit ein dummer Junge. Und bezahlen muss er unter allen Umständen. Als nun der Igel zu Hause ankam, sagte er zu seiner Frau, zieh dich schnell an, du musst mit mir ins Feld hinaus. Ich habe mit dem Hasen um einen goldenen Taler gewettet, dass ich flinkere Beine habe als er und du sollst dabei sein. Oh, lieber Mann, rief die Frau des Igels, hast du den Verstand verloren? Wie kannst du mit dem Hasen um die Wette laufen wollen? Och, das ist meine Sache, sagte der Igel. Beeil dich mit dem Anziehen und komme mit. Unterwegs erklärte der Igel seiner Frau, sieh dort auf dem langen Acker wollen wir unseren Wettlauf machen. Der Hase läuft in der einen Furche und ich in der anderen. Dahinten fangen wir an. Du hast nichts anderes zu tun, als dich am anderen Ende in der Furche zu verstecken. Wenn der Hase ankommt, springst du auf und rufst, ich bin schon da. Ja, inzwischen waren sie beim Acker angelangt und der Igel wies seiner Frau ihren Platz zu. Dann ging er den Acker hinauf zum anderen Ende. Als er dort ankam, wartete der Hase schon auf ihn. Kann's losgehen? fragte der Igel. Jawohl, sagte der Hase. Dann stellte sich jeder in seine Furche und der Hase zählte. Eins, zwei, drei, komm, hatte er die drei gesagt. Da rannte der Hase wie ein Sturmwind den Acker hinunter. Der Igel machte jedoch kaum drei Schritte. Dann duckte er sich wieder gemütlich in die Furche und blieb ruhig sitzen. Als der Hase in vollem Lauf unten ankam, rief ihm die Frau des Igels zu, ich bin schon da. Ja, der Hase stutzte und wunderte sich nicht wenig. Er dachte wirklich, dass es der Igel sei, der ihm das zurief, denn bei den Igeln sieht die Frau ganz genauso aus wie der Mann. Da meinte der Hase, das ging nicht mit rechten Dingen zu, lass uns noch mal laufen, andersrum. Und schon rannte er wieder los den Acker hinauf. Als er aber oben ankam, sprang der Igel auf und rief ihm entgegen, ich bin schon da. Noch einmal gelaufen, schrie der Hase außer sich vor Eifer. Er drehte sich um und rannte wieder in die andere Richtung. Oh, ist mir recht, meinte der Igel, meinetwegen so oft, wie du Lust hast. So lief der Hase dreiundsiebzig Mal und der Igel war ihm immer voraus. Jedes Mal, wenn der Hase unten oder oben ankam, sagte der Igel unter seine Frau, ich bin schon da. Beim vierundsiebzigsten Male kam der Hase aber nicht mehr im Ziel an. Mitten auf dem Acker stürzte er zur Erde und blieb völlig erschöpft liegen. Der Igel ging hin und nahm sich seinen goldenen Thaler, der auf einem großen Stein bereit lag, rief seine Frau zu sich und beide gingen glücklich und vergnügt nach Hause. Und seit jenem Tag hat sich kein Hase mehr gewagt, mit einem Igel um die Wette zu laufen. Ja, das war es für diese Woche. Ich wünsche euch bis zur nächsten Woche viel Vergnügen. Genießt die Zeit in der Schule, die ja nun für einige losgeht. Und denen, die jetzt in dieser Zeit Prüfung haben, viel, viel Erfolg und ihr macht das schon. Viel Spaß. Tschüss.